Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi, willkommen bei den Überlebenden und ich hoffe es bleibt so, dass wir überleben und hier diesen Eingang finden in das Tal. Der Leichen und das ist es jetzt mittlerweile wirklich Tal der Leichen, Munition ist auch immer fast weg, ich hoffe das hat sich gelohnt, vielleicht gibt es nochmal jemanden hier mit Shotgun Ammo, vielleicht finden wir ja auch, also in dem Tal soll es auf jeden Fall ein bisschen Supplies geben, sodass die Chance besteht, vielleicht gibt es ja auch einen netten Waffenladen oder so. So, die Frage ist natürlich, ob wir mal ganz schnell hier den Ischim vielleicht auswählen, komm mal her, Ischim, so, der könnte sich mal, Backpack hat er, der könnte sich mal eine Pistole nehmen, pass mal auf, so, F1, dass er einfach ausgerüstet ist, Take, Ischim. Und ein bisschen Pistol Ammo oder eine Shotgun haben wir da auch noch, Take, dass der hier nicht so rumsteht. Ja, so, okay. Und dann sagt er einfach hier mal, hier, follow me. Und dann gehen die nämlich Map hier noch in den Store ein bisschen leerräumen, dass wir das einfach im Bunker haben. Ähm, da gibt es nämlich noch so das ein oder andere, zack und ähm, mittlerer Mausknopf und wir sagen ihm einfach, dann ist er beschäftigt, der soll hier die Pistolenmunition holen. So. Und wieder F1 drücken und den Joe auswählen. Und raus aus dem, genau. Und dann gehen wir mal hier unten lang oder doch da oben. Hallo. Hier. Hier soll der Eingang sein. War das jetzt schon alles? Wir wählen mal lieber die Pistole aus. Da haben wir noch ein bisschen mehr Munition. Enter the town via the canyon. Ja, das machen wir jetzt. Haben wir schon. Ach, das hat schon geklappt. Okay. Okay. Okay, Freunde. Wow. Ja, Red Strain. Das sollte, wenn alles gut läuft, hier zu viert funktionieren. Tüte Chips. Jawohl. Pistol Ammo. Auch gut. Wie sieht es bei ihm aus? Wie viel, wie viel hat er noch? Hier der, äh, Wyatt. Können wir hier in der Community-Übersicht uns einmal anschauen. Der Wyatt hat nur 31. Dem geben wir nochmal was. Wie, I've got some trouble. Ach, das war der Ishim. Jaja. Äh, let's swap supplies. Dem geben wir nochmal was, bevor der hier ähm, uns äh, out of Ammo geht. Ja, so. Die schießen ja auch immer ein bisschen wild durch die Gegend. Och, Wodka. Und dann geht's hier mal weiter. Immer dem Pfeil nach, würde ich sagen. Am Berg lang. Obwohl, da hat man schlechte Ausweichmöglichkeiten. Ah, ist schon ein bisschen aufregend. Da krieg ich schon auch ein bisschen Puls. Joa. Ich schieße immer nochmal nach. Wenn sie schon tot sind. Außerdem gebe ich immer einen guten Rambock und, äh, Prallbock ab. Habe ich hier das Gefühl. Siehst du. Pistol Ammo, ja. Ich mach dann hier den Verteiler. Der Pistol Ammo. So, Wyatt. Und, ähm, der George hat auch nicht mehr viel. Aber ein bisschen hat er noch. 66. Geben wir dem nochmal schnell was. Vielleicht besser, ne? Ja, komm. Komm. Komm, du kriegst noch was. Hier. So. Naja, nachher mitten im Gefecht könnte es zu spät sein. Oh. Find the keys. Open the gates. Open these gates. Mr. Gorbatschow. Tear down this wall. So, Freunde. Hier ist schon mal ein Laden. Hier sind auch viele Zombies. Wie sieht's aus. Was? A roaming pack has picked you up. In Cops is coming to get you. Wo? Scheiße. Oder war... Nee. Ach du Scheiße. Äh, dann müssen wir hier irgendwie weg. Freunde. Das kann doch nicht wahr sein. Beinschüsse, Beinschüsse. Wir müssen Beinschüsse machen, dass die alle nicht mehr so schnell sind. Mann, war das gut, dass wir denen nochmal ein bisschen Munition gegeben haben. Ehrlich gesagt. Alle unverletzt. Wie I'm getting some anti-gen. Willst du mich verarschen? Oh, der ist infected. Der ist echt infected. Ja, Freunde. Das ist... Das können wir nicht da... Wartet doch erstmal. Vielleicht ist hier welches. Jetzt rennen die alle weg. Jetzt rennen die alle weg. Ja, das ist mir egal. Ich bleib hier mit dem Joe noch ein bisschen. Wo will denn der jetzt anti-gen herholen? Oh, Junge. Wir können natürlich auch nochmal ein... A Quickie machen. A Quickie-Loady. Ja, wie... Ja, has died. Gut. Äh, Freunde. Wir machen das mal so. Mal einen Save. Einen Save hier ganz oben. Und nochmal einmal F11 gedrückt. Ach. Achso. Da lädt er das Letzte immer. Ne, das ist nicht so... Das ist nicht so toll. Oder? Ach, dann hat er das... Ich dachte, der Quick-Safe ist irgendwie ein extra... Ein extra Slot quasi, den er da hat. Aber der lädt mit... Mit F11 lädt er quasi... Ähm... Lädt er die Letzte... Bissler 45. Ja, wir gucken mal, dass sie alle so um die 100 haben. Das ist schon mal... ...ganz wichtig. Gif. Also der kriegt nochmal 60. Sowas hier, sowas. Ähm... Dann... Er hier auch. Also der Letzte... Hm... Der kriegt auch nochmal so um die 60. Hm. Ist kein extra Slot, sondern mit F11 lädt er einfach nur das... ...letzte Spiel. Der hat noch... Ja, auch nicht mehr so viel, ne? Gut. Jetzt müssen wir diese Ischim-Geschichte hier, glaube ich, wieder machen. Ja. Ach, Freunde. Ja, ist doof. Aber... Anders geht das nicht. Ah. Naja, gut. Ich meine, könnte man sagen, egal. Der ist halt gestorben. Der ist jetzt kein wichtiger... ...kein wichtiger Charakter, aber... ...finde ich nicht so gut. Nein. Das gefällt mir nicht. Das war das Ding, wo ich mir vorhin... ...die ganze Shotgun leer geschossen hatte. Das lief schon mal ein bisschen besser. Ein bisschen abwartend. Wie viel Shotgun hat denn der Seth noch? Wie viel Shotgun-Amo? Das wäre auch nochmal ganz witzig zu gucken, finde ich. Ja, lasst uns da... Ah, da muss man mal ein bisschen taktisch. 26 ist natürlich nicht viel, ne? Ne, ist nicht viel. Ja. Genau das tun wir jetzt... ...wieder... ...nochmal. So, alle Mann dabei. Alle Mann an Bord. Und... ...weiter geht's. Aber jetzt... Ich habe ja Angst, dass er jetzt... ...dann gleich nicht sagt... ...A Roaming Pact of Infected... ...sondern... ...A Roaming Pact of Looters... ...kommt, um dich zu holen. Das wäre natürlich nicht so witzig. Was? Plötzlich fangen die an, hier zu sprechen. You are going down! Yeah, don't mess with me! Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal... ...und dann schauen wir mal. Ja. Chips. So, und jetzt wechseln wir auf die Pistole. Die natürlich... ...bei weitem nicht so effektiv ist wie die Shotgun. Also, wir machen auf jeden Fall die Beinschüsse. Damit die anderen dann quasi in aller Ruhe den Rest erledigen können. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier von außen... ...einfach mal ein bisschen... ...langsam vorgehen. ...ja... ...langsam ist manchmal gar nicht so schlecht. Langsam, taktisch und ganz in Ruhe. So, das sieht doch schon mal gut aus hier. Finde ich. Meine ich. Einmal Auto gucken. Box of Chocolates. Da freut sich doch wieder die... ...Alice Ivers. So, jetzt gehen wir mal rein. Aha, off-infected. ...in Buckeye. And it's coming to get you Buckeye. Wo war denn das? Hä? Ach, da unten. Dann gehen die da hin. Das heißt, wir müssen unsere... ...unse Basis jetzt wieder sichern. Dass der... ...Ishem da schnell zurück... ...mhm... ...alle Tore schließen. Allen Leuten sagen, sie sollen hier nicht durch die Gegend rennen. Aber das ist schon mal... ...sonst gar nicht schlecht. So, was gibt's denn hier so im Resto... ...mhm... ...also Kent Food... ...nimmt der Seth mal mit. Ein paar Matches. Was haben wir hier noch? Oh, hier gibt's mal schöne Sachen eigentlich. Und da zahlt sich's wieder... ...aus, dass wir den... ...mitgenommen haben. Den Seth. Jetzt sind wir schon ziemlich voll, ne? Nach der ersten Stelle. Obwohl, nö, hier ist noch Platz. Ah, das wird... ...das wird ganz gut. So, die sind hier eigentlich... ...die sind hier eigentlich safe. Dann lass uns doch mal gucken, was der... ...Ishem macht. Der Latsch zurück. Oder? Moment. Ja. Die gehen zurück. Dann gehen die mal ein bisschen schneller zurück. Und dann, ähm... ...sagen wir denen, die sollen... ...mal ein bisschen guarden. ...der Scheiß ist alles empty hier. So, schnell mal zurück in die Community. Dann wird hier full equipped mit... ...ähm... So, wir drücken auch mal F1. Drücken hier mal Cancel. Ähm, so. Er ist ja dann quasi full equipped, ne? Mit... ...lustigen... ...oder lustigen Pistole. Dort dürfte er eigentlich genug... Er hat keine Pistole. Ne. Die... ...hab ich wohl vergessen mitzunehmen. Okay. Gut. Also mal hier schön rein in den Bunker. F1 drücken. So. Der Ischem. Der hat auf jeden Fall mal einen Arsch voll Pistolarmor. Vandages. Ja, das ist okay. Toolbox können wir eigentlich hier lassen. So. Der hat jetzt viel Munition. Und nimmt sich jetzt auch noch die Pistole. Und dann... Wie... Wie... Wie fit ist der Ischem Feuerarmt? Er ist zwei. Ist nicht so doll, ne? Gut. Dann geht er hier mal raus. Und wir wählen mal... Nimm ich ihn aus hier. Moment. Ihn. Stay hier. Und der hat nämlich... Erstmal hat er eine Assault Rifle. Das ist schon mal ganz gut. Eine Pistole hat er auch. Pistole, Munition hat er auch. Und Firearms hat er drei. Das heißt, er geht jetzt hier mal hin und... Guardet. Ähm... Der Jesse. Genau. Wer ist das? Wie... Was ist das für einer? Ach, der Guardet auch. Der hat nicht mehr viel Munition. Firearms 2. Ähm... Mit dem gehen wir aber mal... Noch ein bisschen Munition uns holen. Zack. Rein da. Jawohl. Ach, von hinten geht auch. Na gut. So. Der nimmt sich jetzt hier auch noch mal... Ein bisschen Munition mit. Und zwar... Viel Munition. Ja. So. Viel Munition. Und der macht jetzt... Äh... Hier mal den Guard. So. Dann haben wir das schon mal... Geguardet. Und... Wie sieht's aus? Eine Pillbox haben wir doch noch da. Die muss er dann... Die muss er dann nehmen hier. Das nutzt alles nix. Dann geht er hier hin und... Macht einen Guard. So. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Und es... Sollte uns möglich sein... Ähm... Unsere Basis zu verteidigen. Hoffe ich. Gegen die Infected. So. Und da wird uns auch schon angezeigt, wo der Schlüssel sein könnte. Meine lieben Freunde. Wir werden hier das Tal der Leichen noch weiter untersuchen. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschüss. Dein Lumi.